damit ein hallo willkommen zu einer weiteren folge auf der hof bergmann mit dem lieben ostrad wie es hat ziemlich schnee gefallen leute und wir sind auch hier ein bisschen voll beladen hier doch ich war ja dann geht alles gut weißt du noch was wollten wir für die investitionen ach ja eine einzigartigmaschine eine einzigartigmaschine und ökuba aber wir haben über geld also noch einen vernünftigen schlepper auf dem großen den kleinen wald kann auch 1.000 meister oder hast du den letzten tag bald oder wenn du so was weiß ich ja also den waldrein tauschen meine ich natürlich ja maja kohle hätten wir ja also kohle haben wir auf jeden fall nach team ich leute ich glaube im transit zwar mehr drin drauf wird aber beschneiden kann die im annäherrke laufen mann ich gucke hier noch kurz hier im katalog leute ich natürlich im transit ja natürlich da liegen viele kataloge ne frontlader auf keinen fall leute bei so einem großen schlafen also ich hatte jetzt was gefunden aber das ist halt wirklich mal wieder teuer leute die ps anzahl da gibt es doch sicher was besseres leute so was wäre doch kein mal ab ab mir noch nie auf dem Projekten erst 10 leute ich finde die auch gelieft auf hü соб 기억 an kal Kane er sie mir hoch Ich bin leider aus dem Katalog gekommen Nein Ich geh wieder zu einem Träger rein. Moment, Moment. Ich bin im Katalog. Okay, sehr gut. Er ist einfach frei. Ich muss mal kurz hier reden. Es ist Geld rausgefallen. Hä? Ah ja, okay. So, let's go. Reddop hat den Katalog geöffnet. So. Man hat schon was Schönes gefunden. Also ich hätte was gefunden, tatsächlich. Kann man den auch hinten abladen, den Anhänger? Äh, ich glaube irgendwie schon, ja. Da kommt immer Geld rein. Oh. Gleich so viel auffeindbar. Da kommt immer Geld rein. Jetzt die Frage, wo die da jetzt ab und dran sind oder? Ist ja egal. Wenigstens sehen wir als Anna. Jawohl. Jawohl. So viel gleich. Mach mal die Spanngurten auf vom Anhänger. Perfekt. Der Spanngurte will zu. Ja. Wir müssen mal hier ein bisschen wegschieben hier. Die Klömermeister. Nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Moment, Moment. Ich lass die mal vorne. Leute, die Spanngurte. Leute, die Spanngurte von ganz vorne hat ein Attacher bis nach Paris. Ei, Junge, Junge. Auf jeden Fall der Attacher von der vorderen Spanngurte, Leute, hat den Attacher bis in den Transit rein. Hm. Ich glaub, ich hab's dir mal vorne verkaufen, da hab ich's dir besser glaubt, oder? Ja, lass mir den Anhänger hier. Könntest du den Transit vorne abladen? Können wir an beiden Stellen gleichzeitig abladen? Oder bring mir den Transit. Auch egal. Es ist vor beiden. Ja, der andere steht hier. Ich bin schon ein bisschen näher, bitte. Also, eh. Oh, 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 oh. Oh, sie ist besser. Rückwärtsfahrerleute der Welt. Bisher war der Bescheid des Kraft. Dann auch wieder. Oh, nein, 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 nein. So, das hier kracht, das ist auch wieder gefasst. Äh, bitte, bitte vor, bitte. Abfäng abfahrt. Oh, da hat schon wieder Müll im Kopf, Leute. So, jetzt war die ganzen Säcke gekommen, hier. Du sollst das doch. Ist das eigentlich so frech hier? Warte, Leute, ohne, ohne Handbremse. So sollst du ihn vorziehen können? Pff. Uh. Ja. Geht, Leute, es geht. Perfekto. Mili grazie. Das wird auf jeden Fall dauerhaft was verkauft, Leute. Ja. 300.000, das wäre geil. Das schaffen wir locker easy, Alter. Ah. Ein bisschen vorziehen, Leute. Ah, das ist die Hälfte der für euch. Wie der Anhänger ist noch nicht die Hälfte der, auf keinen Fall. Also auch ist es auch nicht. Junge, ich arbeite. Da merkt man ja, wer arbeitet für uns beiden. Jetzt macht's von jeder Seite. Tsss. Ja. Oder auch. Hab Sack verloren, Leute. Hallo, hallo, hallo. Wie zu wild. Nee, die 300.000 reichen nicht mehr, Alter. Was, hallo? Hä? Oh. Was dann? Warum? Was dann? Ich meine, die Frau, Alter. Ist die in ihr komplett gestört? Warum sagt die denn immer, hallo, Junge? Du hast doch schon 3000 Mal schon hallo gesagt. Ich habe eine Hänger in der Blatte. Oh, die steht in einem Eierkarton. Ah, okay. Frag mal nichts, warum. Ist das sozusagen modern, dass man zu den Eierkartonschein? Ich glaube schon, ja. Das ist eine neue Mode oder so. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, die verwechselt dich mit mir. Naja. Die Siebtücher bekommst du dir eine Hänger in der Blatte, weil du so heißt, sie fühlst. Ja, ne, ne, fick dich doch einfach, Alter. Hallo, hallo, hallo. Wir haben schon die 300 geknackt, Alter. So. Ab, wir stehen jetzt dann oben beim... Am, hoch, oder? Äh, auf jeden Fall. Okay, sehr gut. Komm hier, die Scheiß-Anhänger abhauen, Alter. Mensch, wo ist er so leer? So. Menjung, mach doch mal ein bisschen schneller hier. 310 sollten zu packen sein. Was machst du denn jetzt schon wieder, Alter? Da. Ne, ich hab' nicht zu sehen. An die Borg. A An-Borg-Handung, sagen wir. Älf mal ein bisschen weht, Alter. Ich hab' mein, Alter, schon gemacht. Auf Dranzit ist es auch viel weniger gewesen, Alter. Klar. 20,5 also ja was nach der kauf ja jetzt machen wir es so gleich wenn wir alles verkauft haben lässt du mich beim händler raus du gehst in weiter und da dessen polen ich weiß doch nicht ob alle verkauft wird auch mensch das ganze geld hier ja auch dritte kommen so ein lieb ich bin gleich auf dem Weg er hat auch mit spieler rückwärts wenn wo er hängen ist nicht nur ein spieler da jetzt geht der Entschuldung aus ich bin jetzt stehen wir sonst wo ich frage jetzt weil ich dachte ne ist schon früh ja lass mich hier raus die den Waltrahron kommt das Ungleichgewicht wir haben duft beladen du bist so ein Idiot oder? ja perfekt vielleicht Leute bis zu euch im Zeitpunkt wo guckt ihr die Folge ist vielleicht schon die 1.6 draußen oder auch nicht so jetzt können wir mal die einzelkornmaschine kaufen schon hier die wo wir wünschen 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 alles klar gut guck mal in den katalog ich war schon zu dir kommt ich fahre im kanne guck mal in katalog ja so so oh das ist auch der zweite katalog das hat er von playboy äh wo steht denn der liegt ein anderer äh da ist Arnett der Stielkatalog ich weiß jetzt das ist halt wie wärs denn eigentlich wenn wir unsere andere Saatmaschine eintauschen gegen die Grundle Plains die kann die Finale die kann alles ansehen alter und zwar das ist ein bisschen groß äh wo ist das denn die? 18,2 Meter ach boah das ist schon ein bisschen viel oder? die braucht 280 PS hätten wir aber ist das nicht ein bisschen groß? ähm ne komm ich zu groß ähm ne dann kauf ich schon mal die Horsch du kommst ja eben mit dem Trecker bald Horsch ja nimm gerade die Frontleider Konsole mit die kannst du auch gleich mitnehmen jaja ich bin schon fast unten beim Händler du bist doch ein Idiot ach ist ja klar gib mal den Bescheid dass er sie abholen kann das ist ja kein Ding das ist ja kein Ding so und den Gruber kein Gruber können wir vor und ranhängen weiter was ein Gruber kann wir vor und ranhängen weiter beim anderen Schlepper alter ne bei walter ne bei der walter ne bei der walter verkaufen wir ja achso stimmt da ne ich bin nicht zu groß groß ne ja wir haben nie was gesprochen aber dann wurde er nie was gesagt ne folge hier komm ich bin jetzt mal dran runter du warst schon dabei du warst schon fern zu schnell ja klub schubel so leute die Kindheit nur kurz zur Frau geht und die Gitarrenmacht nur mit der Frau ja so hier Katalog und sagst du öfters auch auch um die Kurve auch dass die Gruppe Gruppe ach so ach so nein nein das ist egal da geht das ist echt das ist echt der hat noch Geld gut Geld gebracht ah jetzt kannst du den Katalog hier abholen bei der Hauptstadt gesehen ja so ich wäre ja bloß mit der deutsch kommen nee ich wäre ja was irgendwie was befinden na ja oder äh oder was war was haben wir denn noch oder was haben wir denn noch oder Moment mal kurz den haben wir zu wenig Geld nee ich wäre für ein Fan also wir könnten uns theoretisch in der Komplett Basis Version könnten wir den neuen Hunderter vom S5 Serie nehmen oder wo ist denn der was oh ich komme gleich wieder das was ich bin wieder dran ich bin wieder dran können wir uns von nehmen gell ja ja mit dem ich weiß nicht ob passt das rein ich gucke mal kurz mit 187.000 auf der Kante passt das nehme ich Moment ich äh äh gucke gleich was wir alles reinnehmen können ich nehme GPS rein Akte Pumpe was Akte Pumpe da was Akte Pumpe da ne kommt ne nehmen wir nicht äh Fendt Logo auf die Scheibe ja voll runter geht hoch müßiger nehmen wir oder nicht ja nehmen wir ähm dann eine beide Runde umdeutschen aber ja und umdeutschen das blieb äh wo ist die Runde wo dann wird es sein beiden ja so was wann nehmen wir einen grüner Farbe oder ja oder 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 warte mal kann man den jetzt auch mal in schwarz kennt man den auch oder in schwarz sieht halt schon geil aus in schwarz mhm grün ist er halt auch geil mach dir mal in weiß in weiß, Alter ja sieht auch geil aus aufbaustellen ja mit schwarzen Felgen nicht mit rot auf jeden fall nicht oder mit weißen Felgen Moment gibt es auch weiß das sieht nicht so gut komisch schwarz schwarze felgenfarbe ja und da kommt jetzt mal an was andere so passt aber doch hat der beifahrers wird sonst muss er heimlaufen ich habe die uhrzeit gesehen aber ich möchte das gespannen zusammensetzen dann kann ich am besten genauso um die witzel ist die saadmaschine nicht hinten wir haben schon ein bisschen war an hier bis zu dieser holen ist gebrochen kann ich behaupte was ich kann hier dranhängen kommt ja 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 manchmal ist der blöde leute alter ähm ich will ja nicht sagen aber ja fett macht bändchen so liebe Freunde wir haben uns tatsächlich entschieden für ein weißer Fensch das ist schon was geiles das hat was irgendwas also man sieht ja ziemlich viel schwarz ne bitte bitte geh mir aus dem bitte bitte du kannst dich reinsetzen komm ja das ist doch langweilig liebe Freunde ich würde sagen auf jeden Fall ich würde sagen wenn es euch gefallen hat dann lastenleiter lasten lasten koide ich würde sagen bis zum nächsten Mal tschüss tschau 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 tschau